Finale, ooooh, jetzt habe ich den Text vergessen, ja, Finale Big Brother, Promi Big Brother 2014, das Experiment, den Zusatz darf man ja nicht vergessen, wobei man sich fragt, wo war denn jetzt das Experiment? Bloß weil sie in den Keller gesteckt haben, ah ok, ich will in Richtung nicht meckern, ähm, ja, jeder, na nicht unbedingt jeder, aber die Big Brother Fans haben das Ganze ja nun konsumiert und gesehen, ähm, ich war wirklich sehr überrascht, dass, äh, der Wendel doch als erstes gehen musste und dann der Bachel erfolgte und der Schill es auf 3 geschafft hat, mit, ja, mit einer ansehnlichen Anzahl an Prozenten, ähm, überrascht mich wirklich sehr stark, aber da muss ich dann wieder sagen, naja, so ein, ich sag mal wirklich, so ein ekelhafter alter Lüstling, auch wenn er sozusagen doch hohen Unterhaltungswert hat und, äh, doch recht intelligentes Zeug von sich geben kann, ist er trotzdem ein widerlicher alter Lüstling, ähm, dass das so viel Zuspruch kriegt, äh, find ich ein bisschen komisch und, ja, der Wendel muss wahrscheinlich, musste deswegen als erstes gehen, ja, ständiges Wendler-Bashing, also, man hat ihn doch schon mit jedem Scheiß in die Tonne gekloppt, also hier zum Schluss, äh, die Cindy mit ihrem blöden Laber, was er dann auch in der Webshow rausgehauen hat, mit dem, ja, das mit den tausend Schlippern und tausend T-Shirts und dies und das, dass der Wendler sich da so zum Schluss oft umgezogen hat, na und, das war mir sowas von scheißegal, er hätte sich alle fünf Sekunden umziehen können, hätte ich mir auch scheißegal gewesen, äh, wie kann man sich denn über sowas aufregen, also, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, äh, ähm, ja, solchen Leuten wie Cindy geht es ein bisschen so, äh, ja, die Argumentationen aus, beziehungsweise die Anfeindungspunkte und nimmt man wirklich jeden Blödsinn und so ein Hubert K., der wirklich, ja, schon sehr fragwürdige Aktionen von sich gebracht hat, was dann auch zum Schluss in der letzten Webshow, ähm, nochmal gut von der, von der Frau Effenberg thematisiert wurde oder wo auch der Bachelor, ähm, da nochmal seinen Senf zugegeben hat, äh, fand ich wirklich sehr gut, dass die zwei da wirklich ganz offen ihre Meinung kundgutaten haben und, äh, glaube ich, stunde Sachen über den Hubert gesagt haben, ähm, ja, da kann der eigentlich eine Cindy im Endeffekt nichts dagegen halten, aber hat dann trotzdem wieder mit, äh, der Wendler und seine Badehose und seine Klamotten und so, na und, denn ist halt der Wendler eine Klamotten-Tussi, wen juckt's, mich juckt's nicht, ich muss ja die Scheiße nicht anziehen, die der anhat, wobei diese weiße Badehose, oh mein Gott, aber okay, ähm, wenn er die so toll findet und so, er hat ja auch in der Webshow die Story dazu erzählt, ich find's lustig, witzig, ist wirklich, äh, geil. Naja, dritter Platz, äh, wie gesagt, der Schill, äh, hat mich überrascht und so, ähm, zweiter Platz, Frau Effenberg, ich denke mal, wie ich da schon sagen, in meiner Vorprognose gesagt habe, Frau Effenberg wurde wirklich dafür, dafür belohnt, dass sie wirklich einfach ehrlich, äh, war in dem, was sie gesagt hat, ähm, und sich eben nicht irgendwelchen, äh, Schwingungen, Meinungen und dies und das anpasst, ähm, wo sie dann aber sozusagen nur noch zum Schluss mit dem Aaron drin saß, also, was sie da für eine Scheiße gelabert hat, das ging schon wieder mal auf keine Kuhhaut, also, da hätte man auch schon nur sagen können, Alter, diese Frau geht ja gar nicht, dieses, ah, was sie da rausgehauen hat, aber okay. Frau Wend, äh, was sag ich denn, Frau Wendern, Frau Effenberg ist auf jeden Fall ein Mensch mit vielen verschiedenen Facetten, äh, die teilweise stark ins Negative rutschen, auf der anderen Seite auch stark ins Positive rutschen, ähm, deswegen finde ich auch ein bisschen fragwürdig, dass sie denn halt so, äh, über den Michael Wendler sagt, so, ja, es gibt einmal diesen netten Lieben, Michael, und dann gibt es halt den Wendler, also, sie darf so eine Extreme haben, oder auch andere Personen, da wird dir nichts gesagt, und, äh, der Wendler darf nur so der, der nette, feinfühlige Blablabla sein, finde ich ein bisschen armselig, aber okay, will ich nicht groß beitreten, äh, wie gesagt, eigentlich doch, äh, Frau Effenberg hat auf jeden Fall einen guten, verdienten zweiten Platz gemacht, ich hätte eher den Wendler gesehen an der zweiten Stelle, aber okay, ist halt nur meine persönliche Meinung, wie ich das so sehe, die Maße an Leute lässt sich halt doch wohl lieber von dem Wendler-Bashing beeindrucken, aber okay, anderes Thema, gewonnen hat der Aaron, und, ähm, ja, also, finde ich auch so ein bisschen fragwürdig, also, Aaron als der große Big Brother-Fan, ich denke mal, der war schon stark berechnend, äh, in der Sache, also, man kann natürlich, ich meine, natürlich war er nicht hundertprozentig immer berechnend, oder sowas, aber, ähm, ja, finde ich schon fragwürdig, und, äh, auch in der Webshow, sozusagen, hat er sich mit Kommentaren, ja, er hat eigentlich großartig da nichts, großartig nichts gesagt, und so, äh, wie halt auch an sich im Big Brother, er hat sich halt, er hat sich halt zurückgehalten, hat sozusagen den Ball flach gehalten, hat halt höchstens seine Sprüche gebracht, und dies und das, aber großartig mal seine Meinung gesagt, oder zu was gestanden, und so, hat der auch nicht, also, ein unbeschriebenes Platz, sozusagen, 0815-Typ, äh, ja, wie das auch schon da gesagt wurde, von anderen, die bei der Sendung dabei waren, also, der Aaron ist halt jemand, wo sich das Volk mit identifizieren kann, ach, ich glaube, der Wendler hat das gesagt in der Webshow, naja, ähm, was denn so ein Beiläufig da erwähnt wurde, ja auch in der Webshow, dass, äh, sein Bruder ja beim, äh, Raab im Quizboxen dabei war, und als, äh, der Aaron da rauskam und die Kohle in der Hand hatte, äh, nee, der hat auch nicht die Kohle in der Hand gehabt, also, wenn wir rauskamen, äh, stürzten ja seine Geschwister und so auf ihn zu, und irgendjemand von den Geschwistern schrie, ja, jetzt haben wir's geschafft, ja, also, das wirkt halt auch schon mal ein bisschen so nach dem Motto, als ob dies, sozusagen, diese Familie es darauf anlegt, ins Fernsehen zu kommen, im Fernsehen stattzufinden, und dann irgendwie eine Pommi-Haftigkeit von sich, äh, ja, zu erlangen, mal sehen, wie es das noch so entwickelt und so, mal sehen, was da so passiert, aber, ähm, also, ich bin der Meinung, der Aaron ist nicht wirklich, sozusagen, also, wie er sich im Haus so gegeben hat, was er geredet hat, und die sind das, Alter, er hat sich ganz stark zurückgehalten, und, äh, als jemand, der wirklich, also, er hat ja gesagt, er ist großer Big Brother-Fan und sowas, und hat sich ja auch, ich meine, ich bin ja auch großer Big Brother-Fan, wobei ich alle Staffeln gesehen habe und so, und wie krass der sich aber auskennt, dass er dann sagt, ja, jetzt kommt das, und dann kommt noch, also, wirkliche Details im Show-Ablauf und sowas, ähm, also, wenn er schon sowas weiß, äh, dann weiß er auch genau, was er sagen muss, wie er sich verhalten muss, und dies und das, was man sagen kann, was man nicht sagen kann, und dass man sozusagen bei einer Challenge, die man nicht geschafft hat, heulen muss und enttäuscht sein muss, und so, ähm, ja, also, find den Aaron doch schon ein bisschen fragwürdig, und dann die Reaktion mit seiner, mit seinen Geschwistern da, und dass dann rauskommt, dass er in der Promi-Boxen ist und so, oder war, also, ich denke mal, die drängen schon absichtlich stark ins Fernsehen, und man möchte hier schon so einen Promi-Status erreichen, und arbeitet darauf hin, und so nach dem Motto, jetzt haben wir es geschafft, also, äh, das kann sich auch ganz schnell drehen, oder man verschwindet wieder in der Gleichgültigkeit, also, nur weil man es seit zwei Wochen bei Promi-Big Brother zu sehen war, das heißt noch überhaupt gar nichts, aber okay, sollen die machen, was sie wollen, sollen die denken, was sie wollen, auf jeden Fall, an sich muss man insgesamt sagen, es war eine okay Staffel, also, zum Schluss hin jetzt sozusagen, äh, die letzte Woche, beziehungsweise nicht die ganze letzte Woche, ging es eigentlich los, dass eigentlich so die Konflikte entstanden, also, die Sache mit Liz zum Beispiel, das hätte sich aufbauschen können, oder Aaron versus, äh, Hubert, äh, vielleicht hätte der Schilder auch noch so ein bisschen mitgemischt, äh, mit dem Wendler hat sich da vielleicht ein bisschen was angebahnt, auch Frau Effenberg sozusagen, äh, hat ja dann, ähm, ja, sich in gewisser Richtung geäußert, bei der letzten Nominierung und so, also, da waren schon, ja, sozusagen, Konfliktpotenzial war da, aber diese zwei Wochen, also, das war jetzt alles zu harmoniesüchtig, und da hat das jetzt wirklich erstmal zwei Wochen gedauert, dass wirklich was anfängt, was losgeht, aber denn da wurden halt dann die Leute schon nach und nach rausgewählt, ja, also, Promi-Big Browser sollte man dann vielleicht doch nächstes Mal versuchen, auf drei Wochen zu strecken, ähm, damit dann vielleicht mehr passiert und so, dass halt wirklich, äh, weil so ist es einfach, das ist zu nett, zu freundlich, zu lieb, und da passiert dann nichts, das ist langweilig, da war in der ersten Staffel viel mehr los, lustigerweise war jetzt aber die zweite Staffel, wo sie eigentlich langweiliger war, erfolgreicher als die erste. Vielleicht liegt's auch daran, dass man sozusagen sich ein bisschen mehr darauf besinnt hat, äh, ein richtiges Big Browser-Format zu machen, wie es halt immer war, wie es typisch war, und halt nicht so sehr das Show-Konzept über den Haufen geworfen hat, beziehungsweise so groß hat man ja nicht über den Haufen geworfen, aber man hat wirklich viele Details, äh, geändert, an die sich eigentlich der Zuschauer schon so stark gewöhnt hatte und so. Kann natürlich auch sein, dass halt, ähm, ja, diese umfangreichere, ähm, Sendungsformat, also es halt viel mehr, äh, dass auch die Web-Show besser bestückt war, sozusagen mit, ähm, bestimmten Leuten, die Zusammenarbeit mit der BILD und dann noch das Late-Night-Ding, dass das auch sozusagen was zum Erfolg beigetragen hat. Schwer zu sagen, ich bin da kein Experte, ähm, aber man muss natürlich sagen, so Promi-technisch war eigentlich der Wender der einzigste, sozusagen wirklich Prominente, die anderen, das waren halt so, halt so, so, ja, XYZ, äh, nicht so die großen, also, ja, also da war schon die erste Staffel Promi-technisch viel besser bewandert, da waren wirklich, äh, sozusagen richtig viele große Promis im Endeffekt dabei, ähm, wobei man ja damals denn in der ersten Staffel immer meinte so, ja, hier, man hat keine richtigen Promis und dies und das. Ja, schon interessant. Aber auf jeden Fall hat sich gelohnt, das zu schauen, besser als gar kein Big Brother, aber wie gesagt, das müsste länger gehen und so. Ich freue mich definitiv auf, äh, das nächste Promi-Big Brother, vielleicht geht das ein bisschen länger und so. Bitte bessere Promis nächstes Mal. Ja, und, naja, vielleicht, dadurch, dass jetzt Promi-Big Brother so gut lief, vielleicht entscheidet man sich dann da auch dazu, vielleicht eine kleine, kurze Normalo-Staffel dazwischen zu quetschen, ähm, hoffe ich doch, wobei das vielleicht das Hoffen vergebens ist, aber, ja, auf jeden Fall vor, nach Big Brother ist vor Big Brother, sag ich jetzt mal, äh, die nächste Staffel kommt bestimmt, was es dann genau wird, schwer zu sagen, wer weiß das schon. Und, naja, dadurch, dass der Aaron ja eigentlich mehr so der Normalo-Typ war und für ihn so viel angerufen haben und so, könnte das vielleicht ja auch sozusagen so ein Wink sein für die Produktion, für die Produktionsfirma, dass gesagt wird, ja, wir müssen da wohl ein bisschen Normalo, Normalität, ja, Normalität reinbringen oder so. Vielleicht macht man auch so ein, äh, ähm, ja, vielleicht so ganz total unbekannte Promis oder beziehungsweise normale Leute mit Promis Mischmasch oder so. Wer weiß, ähm, was da alles noch kommt und so. Auf jeden Fall, interessante Staffel hätte länger gehen sollen, war an sich so relativ langweilig, nicht viel passiert, aber, ähm, ja, es gab auf jeden Fall genug Gesprächsstoff. Man hat einige Leute mal von einer Seite gesehen dort, wie man es jetzt eher nicht so gewohnt war und, ja, Trash-TV vom Feinsten war es letztendlich, aber ich hoffe, dass das nächste Pomi Big Brother wirklich interessanter wird, dass da wirklich mehr los ist und so. Ähm, tja, na, die, es waren halt nicht so wirklich die krassen Charaktere drin, da muss man sagen. Dafür war auf jeden Fall das Show-Konzept an sich viel besser umgesetzt, ähm, ja, also wirklich, äh, man fühlte sich eher heimischer als gewohnter Big Brother Zuschauer bei der Staffel jetzt. Und, äh, ja, wenn man das beibehält und einfach sozusagen bessere Promis an Land sieht, was ja vielleicht jetzt der Fall sein könnte, weil man ja wirklich, äh, gute Quoten eingefahren hat, dass sozusagen es für mehr Promis interessant ist, daran teilzunehmen in der nächsten Staffel. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf das nächste Big Brother. In diesem Sinne, bis spätestens zum nächsten Big Brother-Kommentar von mich dann hier. Big Brother 2015. Mal sehen, wann's losgeht. Bis dahin. Tschüss.